Hallo, das ist unsere Akademie. Hier erklären wir von Stiebel Eltron innovative Haustechnik. Heute sagen wir Ihnen, warum Wärmepumpen auch bei der Modernisierung ganze Arbeit leisten. Zum Glück kann man mit erneuerbaren Energien auch modernisieren. Beim Einsatz leistungsstarker, hocheffizienter Wärmepumpen muss das vorhandene Heizverteilsystem nicht unbedingt ausgetauscht werden. Das reduziert Aufwand und Kosten. Hier einfach mal zwei Beispiele. Ein klassisches Einfamilienhaus aus den 60ern. Die Vorlauftemperatur der Heizung lag bedingt durch die Bauweise bei 70 Grad. Das ist für heutige Baustandards sehr hoch. Mit der Modernisierung 1990 wurde schon viel erreicht. Die benötigte Vorlauftemperatur liegt nun bei 55 Grad. Hier kann eine moderne Wärmepumpe auch mit dem vorhandenen Heizverteilsystem sehr effizient arbeiten. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass an dem Haus keine Dämmung möglich ist. Eine neue Heizung wird aber gebraucht. Hier ist es am besten für den Einsatz einer Wärmepumpe die Heizkörper auszutauschen. Das ist leicht gemacht und kostet nicht die Welt. Dadurch erreicht man eine Vorlauftemperatur von 55 Grad. Dem Einsatz einer Wärmepumpe steht nichts mehr im Weg. Wir von Stiebel Eltron haben das größte Wärmepumpensortiment im Markt und für jede Modernisierung die passende Lösung. Worauf sie in ihrem neuen Zuhause verzichten müssen sind hohe Heizkosten, CO2 und ihren Schornsteinfeger. Was bleibt ist das Glück und eine zukunftssichere Heiztechnik. Auf geht's! Schauen Sie doch mal wieder bei Stiebel Eltron vorbei. Hier gibt es viel zu entdecken und jede Menge Platz für gute Ideen. Stiebel Eltron – Technik zum Wohlfühlen.